Hallo lieber Mensch, ich grüße Dich. Schön, dass Du da bist und Dir Zeit nimmst. Mach Dich nun bereit für eine kurze Meditation, hier an diesem besonderen und schönen Ort in der Natur. Du hast Dir diese Pause verdient und darfst jetzt einen Moment entspannen und ausruhen. Bevor wir beginnen, suche Dir einen schönen Platz, wo Du ungestört bist. Mach es Dir im Sitzen bequem. Und entspanne nach und nach ganz bewusst Deinen ganzen Körper. Entspann Deine Schultern, Deine Beine, Deine Füße, Deine Arme und Hände. Schau, dass Du aufrechtsitzt. Bist Du bereit? Dann nimm zunächst einmal ein paar tiefe und vollständige Atemzüge durch die Nase. Atme langsam durch die Nase ein und wieder aus. Mach das ruhig einige Male, bis alle Anspannung aufgelöst ist. Sehr gut. Und noch ein bisschen mehr entspannen und loslassen. Wenn Du magst, schau Dich noch einmal genau um. Und verbinde Dich bewusst mit Deiner Umgebung der wunderschönen Natur. Genieße es, hier zu sein. Und nun schließe Deine Augen. Lass alle Deine Gedanken an die Vergangenheit und Zukunft ganz bewusst los. Und entspanne in Deinen natürlichen Atem hinein. Der Atem kommt und geht ganz von alleine. Und Du nimmst den Atem jetzt so wahr, wie er jetzt bei Dir ist. Genieße Deinen Atem. Er ist ein Geschenk. Und füllt Dich mit Lebensenergie und Freude. Genauso wie dieser einzigartige Moment an diesem wunderschönen Ort in der Natur. Um die Schönheit Deiner Natur zu erkennen, musst Du voll gegenwärtig sein. Falls Dich Gedanken stören, setze sie liebevoll auf eine Wolke und lasse sie vorbeiziehen. Fühle einmal die Luft an Deiner Kleidung, Deinem Körper, im Gesicht. Nimm auch einmal wahr, was Du riechen kannst. Höre die Geräusche um Dich herum. Die Vögel, der Wind, kannst Du die Energie der Bäume, Pflanzen, der Lebewesen und der Erde spüren. Alles ist lebendig und gleichzeitig so friedlich still. Vollkommen natürlich und leicht. Hier in der Natur ist alles perfekt aufeinander abgestimmt, im Einklang. Genauso wie in Dir. Du bist Teil der Natur. Verbunden mit allem, was lebt. Lass Dich einmal ganz darauf ein. Genieße für einige Momente die Natur mit all Deinen Sinnen. Und werde gleichzeitig innerlich still. Tanke neue Energie. M- vị auch. Bem-vindendlich. entsatiek interpretation. T Matsch. Will, little bies. Nem-viets. Mantel. Noch nicht. 睁pe. Wenn es dir gut tut, kannst du immer wieder deinen Atem etwas vertiefen oder ihn in seinem natürlichen Rhythmus.